Ich stehe jetzt noch hier und habe noch ein paar Fragen und die möchte ich gerne stellen und zwar an Mario Terzic. Er ist der Leiter des Kommunalen Integrationszentrums hier in Duisburg und ist jetzt bereit, mir ein paar Antworten zu geben. Vielen Dank erstmal dafür, Herr Terzic. Welche Aufgaben übernimmt denn das Kommunale Integrationszentrum hier in Duisburg für Geflüchtete aus der Ukraine? Nun, Menschen, die hier in Duisburg ankommen, benötigen erstmal Orientierung, Ankommen, im Wesentlichen also gerade bei Geflüchteten auch die Unterbringung, die Unterkunft. Menschen kommen traumatisiert hier an. Also im Prinzip das gesamte Paket des hier Ankommens, des Zurechtfindens, das zu organisieren, das machen wir als Stadt natürlich nicht alleine. Wir haben da viele Partner aus den Wohlfahrtsverbänden, aus den verschiedenen Ämtern. Integration ist ja eine übergreifende Aufgabenstellung, aber sie muss an einer Stelle eben koordiniert und verwaltet werden. Und welche konkreten Angebote gibt es dann jetzt hier zum Beispiel im KI, vielleicht Sprachkurse oder wie sieht das Angebot da konkret aus? Und das ist sehr, sehr vielfältig. Also es fängt in der Tat, Integration fängt häufig ja auch mit dem Erlernen der Sprache an, aber das geht über Bildungsangebote weiter, über Kulturangebote, über Sport. Also als kommunales Integrationszentrum sind wir sozusagen wie eine Klammer. All diese Angebote, die auch von Fachbereichen wie des Jugendamtes, des Sozialamtes, von Wohlfahrtsverbänden, von Kirchen, der Sport, der Kulturbereich, das gilt es eben transparent zu machen, an die Menschen heranzutragen. Aber wir selbst machen beispielsweise auch solche Veranstaltungen wie hier und heute, wo wir einfach Menschen zusammenbringen. Ich habe das ja vorhin in der Anmoderation deutlich gemacht, dass es ja auch ein Stück weit die Philosophie des Kommunalen Integrationszentrums, der Integrationsarbeit in der Stadt Duisburg, Begegnungen zu ermöglichen mit den Menschen und eben mit den Menschen zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, in diesen Gesprächen auch Verständnis füreinander, für Positionen kundzutun. Und wenn es dann ganz wirklich optimal gut läuft, lernen wir auch voneinander. Wie zufrieden sind Sie dann heute mit der heutigen Veranstaltung? Es war ja doch durchaus gut besucht. Ja, das freut uns natürlich außerordentlich. Ich will nicht verhehlen, dass uns natürlich schon noch ein klein wenig mulmig war. Das ist ja ein Tag, der einen ja sehr bedrückt hinterlässt. Es war eine Gratwanderung. Wir wussten auch nicht, wie emotional sowas auch wird, wie dieses darüber sprechen und vor allem auch in der Öffentlichkeit darüber, die eine oder den anderen eben auch emotional bewegt. Und dafür, ich fand auch eingebettet in dieses Kulturprogramm, es war eine wunderbare Veranstaltung. Ich glaube, die Resonanz durch das Publikum war auch entsprechend da. Und was vielleicht noch viel, viel mehr wichtiger wiegt, ist auch das Zusammenkommen jetzt. Die Gespräche, die Small Talks, das Austauschen von Informationen, von Adressen, dass dieser Tag also auch weit nach diesem Tag noch hinaus heilt. Es war wirklich persönlich heute auch. Wir haben einige Geschichten der Flucht gehört. Ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine. Kann man denn da sagen, wie gut hat die Integration hier in Duisburg geklappt? Gibt es da Kriterien, wo man das bewerten kann? Oder welchen Eindruck haben Sie zumindest? Nun, es ist ungemein schwer, in ein, zwei, drei Sätzen zu sagen, ob Integration gelingt oder nicht. Ich glaube, was die Integration der geflüchteten Menschen aus der Ukraine anbetrifft, sind wir mittendrin. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir alle stehen, genauso wie die Betroffenen, als Verwaltung, als Politik vor der Fragestellung, wie wird das weitergehen? Werden die Menschen ihre Lebensplanung weiter ausrichten, hier zu bleiben? Vielfach wird immer noch der Wunsch geäußert, was nachvollziehbar ist, zurückzukehren, wenn Frieden sozusagen einkehrt, auch das Land wieder aufzubauen. Von daher ist das eine sehr, sehr schwierige Frage, die nicht eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Generell nicht nur, was die Geflüchteten aus der Ukraine angeht. Das ist ein Prozess, der natürlich für den, was getan werden muss, von der Gesellschaft, die aufnimmt, aber gleichermaßen von den Menschen, die in die Gesellschaft kommen. Und das gelingt in Duisburg, meine ich, wunderbar. Es wäre nicht weiter verwunderlich, wenn das immer friktionsfrei geschieht. Aber das, meine ich, trifft auch das Motto wieder. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, müssen uns austauschen und auch durchaus kontroverse vielleicht Debatten und Diskussionen führen. Aber alles in allem, glaube ich, kann man sagen, dass die Stadt Duisburg und die Integration zwei Dinge sind, die gut zueinander passen. Das ist doch dann doch schon mal ein positives Fazit. Ich danke Ihnen auf jeden Fall vielmals für das Gespräch, Herr Terzic. Herzlichen Dank Ihnen.